Brauche ich als Streamer eine Rundfunklizenz und wie sieht es mit dem Impressum aus? Brauche ich ein Impressum und was muss da überhaupt rein? Die Frage kriege ich ganz oft gestellt und ich dachte mir, ich fasse euch mal die Informationen, die es dazu gibt, zusammen und kläre euch auch genau auf, worauf ihr achten müsst und was ihr falsch machen könntet. Seid ihr aktuell auf der Suche nach atemberaubenden animierten Overlays und Designs für euren Stream- oder YouTube-Kanal? Dann solltet ihr euch unbedingt mal OnTV anschauen. Hier bekommt ihr neben kompletten Overlay-Paketen auch Emotes, Logos und vieles mehr. Auf den Produktseiten findet ihr neben ausführlichen Informationen auch Beispiele zu den einzelnen Anwendungsmöglichkeiten. Und vergesst beim Checkout nicht den Code Nielson1489, denn damit staubt ihr 40% Rabatt ab. Wir wollen uns nun einmal genau anschauen, was es denn mit der Rundfunklizenz auf sich hat und auch mit der Impressumspflicht. Und zwar werde ich das immer wieder gefragt, brauche ich als Streamer eine Rundfunklizenz? Und das muss man erstmal ein bisschen weiter ausholend beantworten. Das Ganze hat sich nämlich auch Ende letzten Jahres ziemlich geändert, denn da kam der neue Medienstaatsvertrag. Und wir werden jetzt mal über den Medienstaatsvertrag gleich sprechen und dann auch schauen, was sich dafür für uns Streamer alles ableitet. Am 7. November 2020 hat der Medienstaatsvertrag den Rundfunkstaatsvertrag abgelöst. Generell ist es eigentlich so in Deutschland, dass solche Dinge in den Bundesländern selber geregelt werden. Also länderspezifisches Recht. Da das aber für YouTube, Twitch und weitere soziale Medien ziemlich doof ist, wenn man das irgendwie auf die Bundesländer bezieht, haben sich die Länder halt dazu geeinigt, einen Medienstaatsvertrag abzuschließen. Das heißt, ein Vertrag über alle Bundesländer für soziale Medien. In diesem Medienstaatsvertrag werden sehr viele verschiedene Dinge geregelt. Unter anderem auch, wie es sich für Livestreamer auf Twitch, YouTube und sonstigen Plattformen verhält. Und unter anderem wird darin auch geregelt, ob man eine Rundfunklizenz braucht und ab wann man eine Rundfunklizenz braucht. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie war das denn vorher? Bevor der Medienstaatsvertrag kam? Bevor der Medienstaatsvertrag kam, gab es den Rundfunkstaatsvertrag. Und in diesem war geregelt, dass man eine Rundfunklizenz benötigt, sobald man mehr als 500 gleichzeitige Zuschauer potenziell erreichen kann. Und das war das ganz große Problem daran, denn generell würde das ja auf alle Livestreamer bei Twitch zutreffen. Denn ob ihr nun drei Zuschauer habt, ein Zuschauer, null Zuschauer, das ist egal. Ausschlaggebend dafür, ob ihr eine Rundfunklizenz braucht oder nicht, war einfach nur der Fakt, ob ihr theoretisch 500 oder mehr Zuschauer erreichen könntet. Und wenn ihr gerade drei Zuschauer habt und im nächsten Moment schalten 500 dazu, dann wäre das ja schon gegeben. Also die Möglichkeit ist immer da gewesen und rein theoretisch hätte eigentlich jeder, der in Deutschland lebt und live streamt, eine Rundfunklizenz benötigt. Ziemlich creepy. Das Ganze ist natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß und deswegen und unter anderem auch wegen anderer Gründe wurde dann der Medienstaatsvertrag zu Blatt, zu Papier gebracht und ist mittlerweile verabschiedet worden letztes Jahr. Aber wie ist es denn jetzt seit 7.11.2020? Dort wird ganz klar im Medienstaatsvertrag gesagt, ihr braucht dann eine Rundfunklizenz, wenn... Und jetzt geht's los. Ihr eine große Bedeutung für die öffentliche Meinungsbildung habt? Ja, das ist super schwammig. Was bedeutet denn das überhaupt? Wenn ihr Streamer seid und ihr habt regelmäßig Content, indem ihr über Neuigkeiten zum Beispiel erzählt oder indem ihr den Zuschauern sozusagen eure Meinung übertragt und vielleicht deren Meinung beeinflusst, dann habt ihr einen großen Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung. Okay, super schwammig. Das ist auch so gewollt und im Endeffekt können wir den Punkt eigentlich erstmal weglassen, weil das kommt auch wieder auf ziemlich viele zu. Ausschlaggebend ist der zweite Punkt. Ihr braucht eine Rundfunklizenz, wenn ihr im Durchschnitt der letzten 6 Monate mehr als 20.000 Zuschauer hattet. Das bedeutet, dass ihr über 6 Monate gesehen im Durchschnitt immer über 20.000 Zuschauern seid. Und seien wir mal ehrlich, in Deutschland, wie viele Streamer gibt es da, die das schaffen? Das sind sehr wenige. Mir fällt ja zum Beispiel MontanaBlack ein, der wird auf jeden Fall eine Rundfunklizenz benötigen, weil er einfach definitiv über diesem Schnitt von 20.000 Zuschauern ist. Selbst wenn ihr mal einen Tag 20.000 Zuschauer habt und sind wir mal ehrlich, wer wird das von uns je erreichen? Dann wird das für euch nicht zutreffen mit der Rundfunklizenz, weil es muss halt der Durchschnitt der letzten 6 Monate sein. Und da gab es dann auch so ein paar Spezialisten, das muss ich auch mal ansprechen, ganz lustig. Knossi zum Beispiel, der kam ja auch über diese 20.000 und der hat dann eine lange Zeit immer VODs abspielen lassen. Also Streamwiederholungen, die abgespielt worden sind, die natürlich wesentlich weniger Zuschauer bekommen haben als seine Livestreams und dadurch konnte er natürlich den Schnitt über 6 Monate wieder runterdrücken. Also nur mal so als lustiger Nebentext. Und das gilt halt, wie gesagt, für alle Streamingplattformen, ob das nun Twitch ist, ob das YouTube ist oder ob das Facebook ist. Aber wirklich nur auf die Livestreaming-Inhalte bezogen, nicht auf VODs, also nicht auf eure Videos. Nicht, dass ihr jetzt Angst bekommt, ja, weil meine Videos bekommen im Schnitt über 20.000 Klicks, brauche ich dann jetzt eine Rundfunklizenz? Nein. Das einfach mal zu dem Thema, um euch zu beruhigen, ihr braucht keine Rundfunklizenz. Denn ich glaube, das dauert sehr lange und die Frage ist, ob man es überhaupt jemals erreicht, dass man zu diesen Zahlen kommt, mit denen man eine Rundfunklizenz benötigen würde. So, jetzt kommen wir aber zu dem nächsten Thema und zwar, was auch mit dem Medienstaatsvertrag geregelt worden ist, ist nämlich die Impressumspflicht bzw. die Angaben im Impressum. Ich werde immer wieder gefragt, brauche ich als Streamer oder YouTuber ein Impressum? Und da muss man ganz klar sagen, das kommt drauf an. Das war vorher schon so und jetzt mit dem neuen Medienstaatsvertrag ist eigentlich die Regelung die gleiche. Wenn euer Kanal und sei es ein YouTube-Kanal, ein Instagram-Kanal, ein Twitter-Profil, ein Twitch-Kanal nicht nur aus rein privaten oder familiären Gründen betrieben wird. Und ja, das ist auch schon wieder sehr schwammig. Aber wenn der halt aus diesen Gründen nicht betrieben wird, dann bräuchtet ihr ein Impressum. Wann ist es denn nicht privat bzw. nicht rein familiär? Das passiert eigentlich in der Regel schon, wenn ihr Content auf eurem Kanal bringt, der anderen Leuten regelmäßig neue Infos bringt. Okay, das ist auch schon wieder sehr schwammig. Gehen wir mal davon aus, mein YouTube-Kanal wäre jetzt nicht monetarisiert. Das heißt, ich würde gar kein Geld damit verdienen, weil da kommen wir nämlich gleich zu. Ich würde gar kein Geld damit verdienen. Ich würde keine Produkte von Firmen zeigen, keine Placements, kein gar nichts. Aber ich würde regelmäßig Content bringen, der darauf ausgelegt ist, andere Personen vorzubilden. Dann wäre das schon mal ein nicht rein privater bzw. familiärer Kanal und somit bräuchte ich ein Impressum. Jetzt kommt aber der nächste Punkt. Wenn der Kanal eigenen oder fremden wirtschaftlichen Interessen dient, dann braucht ihr auch ein Impressum. Aber was bedeutet das denn jetzt im Konkreten? Gehen wir mal davon aus, ihr habt einen YouTube-Kanal und ihr habt bei YouTube die 1000 Abonnenten geknackt und die 4000 Stunden Watchtime, dann könnt ihr ja die Monetarisierung einschalten. Das heißt, es wird Werbung auf euren Videos geschaltet und ihr verdient Geld damit. Ihr braucht ein Impressum. Habt ihr einen kleineren YouTube-Kanal und dort wird zum Beispiel regelmäßig von Firmen Produkte gezeigt, die ihr bekommen habt, braucht ihr ein Impressum. Habt ihr einen Twitch-Kanal und auf dem Twitch-Kanal habt ihr zum Beispiel einen Donation-Link oder ihr habt den Affiliate-Status erreicht. Und da auch nochmal der Verweis auf das Video zuvor zum Affiliate-Status von Twitch, habe ich euch mal oben rechts in die Infobox verlinkt. Dann habt ihr eigene wirtschaftliche Interessen, denn ihr könntet ja theoretisch Geld damit verdienen beziehungsweise tut es und dann braucht ihr auch ein Impressum. Also eigentlich brauchen ziemlich viele Leute ein Impressum und haben das gar nicht. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass man Abmahnungen bekommt. Ob das nun wirklich so passiert, ist halt die andere Frage, weil sind wir mal ehrlich, wie viele Streamer auf Twitch aus Deutschland haben einen Donation-Link beziehungsweise sind Affiliate, aber haben kein Impressum. Das sind glaube ich ziemlich, ziemlich viele. Vielleicht bekommen wir irgendwann, nachdem jetzt die Abmahnwelle mit Urheberrechtsverletzungen bei Musik kam, auch irgendwann noch eine Abmahnwelle zu der Impressumspflicht, aber who knows. Wie ist das denn genau im Impressum? Und da holen wir jetzt auch nochmal aus. Also generell war es so, wer vorher schon ein Impressum hatte, der hat in dem Impressum auf den Paragraf 55 Rundfunkstaatsvertrag verwiesen. Unter diesen Paragrafen war geregelt, dass man eine Person angibt, die ladungsfähig ist. Aber das erkläre ich auch gleich später noch. Jetzt muss man das Ganze aber ändern. Das heißt, wer schon ein Impressum hat und dort alles richtig angegeben hatte, der muss seit dem 7.11.2020 nun nicht mehr auf Paragraf 55 des Rundfunkstaatsvertrages verweisen, sondern er muss nun auf den neuen Medienstaatsvertrag verweisen. Und da wäre es der Paragraf 18 Absatz 2 Medienstaatsvertrag. Das heißt, das sollte man dann definitiv in seinem Impressum schon mal ändern. Erster Punkt. Aber was muss in so ein Impressum jetzt alles rein? Ich beziehe mich jetzt wirklich nur auf die Angaben, die ihr braucht zum Medienstaatsvertrag. So ein ganzes Impressum, was man generieren lassen kann auch, das hat noch viel mehr Angaben. Was ich da zum Beispiel mit auf den Weg geben kann, ist, dass es Impressumsgeneratoren gibt. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel der Impressumsgenerator von iRecht24.de. Den habe ich euch auch einmal unten in die Videobeschreibung verlinkt. Da kann man sich das Ganze zum Beispiel generieren lassen und erst mal anschauen. Einfach nur zur Info. Nach Paragraf 18 Absatz 2 Medienstaatsvertrag muss eine Adresse angegeben werden in eurem Impressum. Und ja, da gehen jetzt die Alarmglocken an. Eine Adresse. Aber auch da komme ich gleich noch zu. Was muss in dieser Adresse drinstehen? A. Muss es eine Person sein mit Vor- und Nachname sowie eine richtige Adresse. Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Stadt. Sowie diese Person, die dort angegeben ist, muss mindestens 18 Jahre sein. Und was ganz wichtig ist, diese Adresse muss ladungsfähig sein. Da gibt es auch schon ganz viele Gerichtsurteile zu. Ich glaube, das würde jetzt aber zu weit ins Rechtliche gehen. Ob ich da der richtige Ansprechpartner bin, weiß ich nicht. Aber ich kann euch da auf jeden Fall die Infos geben, die nach langer Recherche rauskamen. Ein Postfach zum Beispiel ist nicht erlaubt. Ein Postfach ist nicht ladungsfähig, denn es kann sein, dass ihr das Postfach nicht regelmäßig lehrt und somit seid ihr nicht direkt in der Zustellung. Was auch nicht ladungsfähig ist, ist die Angabe einer Firmenadresse. Das heißt, ihr seid zum Beispiel irgendwo angestellt und denkt euch, ah, ich will doch nicht in meinem Twitch-Kanal meine private Adresse angeben. Da gebe ich doch einfach die Adresse von dem Unternehmen an, bei dem ich angestellt bin. Auch nicht okay, darf man auch nicht machen. Es gibt aber eine Sache, damit man seine private Adresse nicht im Impressum verlinken muss. Und die ist etwas umstritten. Ich sage deswegen umstritten, weil es gibt Gerichtsurteile, die sagen, ja, hier war das jetzt nicht okay. Und dann gibt es wieder Gerichtsurteile, so könnte das okay sein. Ist ein bisschen schwierig, ich möchte euch das trotzdem nennen. Anstatt seine eigene private Adresse anzugeben, gibt es sozusagen virtuelle Büros. Das heißt, ihr mietet euch bei einer Firma eine Adresse, die direkt euch zugestellt wird. Bedeutet, ihr bekommt zum Beispiel eine Adresse von dieser Firma und gebt in eurem Impressum euren Namen mit dieser Adresse ein und die Firma macht folgendes. Sobald Post kommt, scannt die Firma diese Post ein und schickt sie euch direkt zu. Und da lässt es sich jetzt streiten. Ist das direkt ladungsfähig oder ist das nicht direkt ladungsfähig? Eine Sache ist es jedoch, es ist eine Möglichkeit, die weit verbreitet ist und viel genutzt wird, um nicht direkt seine private Adresse im Impressum zu verlinken. Das möchte ich nur genannt haben, dass ihr das auch wisst, dass es sowas gibt, aber dass es umstritten ist. Jetzt kommt aber die letzte Frage, wo gebe ich mein Impressum an? Und da ist die Faustregel, das Impressum muss innerhalb von zwei Klicks erreichbar sein. Das heißt, nur um euch mal ein paar Beispiele zu geben, wie ihr nun ein Impressum verlinken könntet, wenn ihr ein Impressum braucht, gehen wir einmal auf Twitch und einmal auf YouTube und ich gebe einfach mal so ein paar Infos. Auf Twitch habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, dass ihr, wenn ihr auf euren Kanal wechselt und hier auf den Reiter Info, habt ihr ja hier einmal euren Namen, dann einen Beschreibungstext, den ihr bearbeiten könnt und ihr könnt hier Sachen verlinken. Und dort wäre zum Beispiel die Möglichkeit, ein Impressum direkt zu verlinken. Das heißt, man geht hier auf Infos und Links bearbeiten, dann kommt ihr ans Creator Dashboard und im Creator Dashboard könnt ihr hier einfach Links hinzufügen. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel sagen Impressum und würde dann hier auf mein Impressum verlinken. Das kann zum Beispiel eine Unterseite meiner Website sein, wenn ihr eine Webseite habt. Wenn ihr keine Webseite habt, dann könnte man theoretisch dort auch ein öffentliches Dokument von Google verlinken oder andere Möglichkeiten. Wichtig ist, dass diese Adresse öffentlich einsehbar ist, erreicht werden kann und dort ein richtiges Impressum zu sehen und zu lesen ist mit den korrekten Angaben. Genauso könnt ihr natürlich auch einfach auf eurem Twitch-Kanal hier unten ein Panel hinterlegen und dort auf dem Panel müsste dann zum Beispiel Impressum oder Kontakt stehen. Info zum Beispiel ist wieder nicht zulässig. Kommen wir einmal zu YouTube und bei YouTube gibt es da noch eine kleine Besonderheit. Und zwar werdet ihr bei sehr vielen Kanälen finden, dass diese unter Kanal Info ihr Impressum angegeben haben. Dort kann man einen Text eingeben. So ist es auf meinem YouTube-Kanal zum Beispiel auch. Es gibt aber auch da verschiedene Urteile, die sagen Kanal Info, weil ja Info drin steht, ist nicht zulässig für die Verlinkung des Impressums. Andererseits wird dann in manchen wieder gesagt, ja doch. Was auf jeden Fall sicher ist und immer funktioniert, ist, wenn ihr einen Link auf euren Banner legt. Hier auf eurem Banner könnt ihr nämlich links drauflegen und die könnt ihr dann wieder wie bei Twitch auch auf das Impressum verlinken. Das geht, indem ihr auf Kanal anpassen klickt. Dann im neuen Fenster geht ihr auf allgemeine Informationen und dort könnt ihr hier unter dem Abschnitt links links hinzufügen. Zum Beispiel Link hinzufügen. Dann gebt ihr hier ein Impressum und dann gebt ihr hier die URL zu eurem Impressum an. Und das war es auch schon. Ja, bei Twitter, bei Instagram, bei TikTok. Obwohl TikTok, ich glaube, das haben die noch gar nicht so auf dem Schirm. Aber in den sozialen Medien habt ihr soziale Accounts. Dann müsst ihr dort theoretisch, wie schon zuvor gesagt, wenn die Bedingungen zutreffen, ein Impressum verlinken. So, das war es nun aber auch. Ich glaube, ich habe recht vielen Leuten jetzt Kopfschmerzen bereitet. Aber das sind halt Themen, die sind wichtig und ich werde es ja immer wieder gefragt und deswegen habe ich mich heute mal hingesetzt, habe das wirklich alles für euch recherchiert und zusammengefasst, sodass ihr einmal gebündelt alle Informationen erhaltet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch helfen. Wenn ja, dann lassen wir doch einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao!